Hallo FreakyArmy, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video war ein Wunsch von Kevin Paulsen und Luis Greifert. Freut mich, dass euch meine Videos gefallen, Freunde. Schöne Grüße gehen raus an Vielen Dank für eure schönen Kommentare, Freunde. Ihr seid die Besten. Heute sehen wir uns die schlechtesten LKW-Fahrer der Welt gemeinsam an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.